es gibt heute kein gaming ich werde euch heute etwas zeigen das thema müsstet ihr ja kennen unaufgeräumt grad tisch schmutzig gerade und in meinem zimmer hier wird sich gewaltig etwas verändern aber gewaltig der den werde ich nicht mehr brauchen den hinweg weiterhin brauchen der schreibtisch hier der wird bald umgestellt der wird weiter nach hier geschoben das kommt alles hier weg die kabel kommen weg das kommt weg und dann kommt hier noch so ein kleinerer schreibtisch hin weil da ist dann platz so viel platz ist das dann ungefähr und so so ein tisch oder so ein schreibtisch der so groß ist kommt dann dahin nur ich brauche noch einen zweiten monitor ich das ganze zimmer wird umgestaltet und hier wird auf jeden fall super viel passiert hier werden leds reinkommen hier hier kommt ein kleines rollo hin in diesem zimmer passiert so vieles noch sehen wollt wie das alles passiert wie ich die sagen kaufen gehe alle dann bleibt dann lasst gerne ein leiter dann nehme ich euch mit zu dem laden und zeig euch wie ich das alles kauf ja also das war so ein kleines infos video und das gehört jetzt nicht wirklich dazu aber ja ich werde weil ich 100 abonnenten geschafft haben für meine klasse ich werde auch ein video machen wenn ich 100 abonnenten habe ein dankeschön video alles im best of wie wir das alles geschafft haben und halte ich den kuchen backe also leute haut rein